Hallo und herzlich Willkommen im Birgis Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir lernen heute das Lied Winter Ade. In diesem Kurs verwendet die linke Hand die Zwei-Ton-Akkorde mit zwei Tönen, C, G und H, G. Die rechte Hand spielt die Töne C, D, E, F, G. Ich spiele euch das Lied einmal vor. Ich spiele euch das Lied.